Als nächstes sehen wir den Hauptkampf des Abends Der Flankton Mann ey Der ganze Bahn Alter, sieht aus wie ein Brokkoli Nein, wie du möchtest hier Alter Gottes Hand Was ist das denn für ein Land, hör mal Jörg Was ist das für ein Land, ey Der soll 24 jetzt sein Alter, der sieht aus wie Warum sind die denn wieder hergeholt, von welcher Insel Oh wie groß der ist, guck dir mal die Beine an Von dem, was der sich da reingebaut hat Guck dir das mal an Jajaja Alter Wie die Haare so Wie der Chef Flieger Guter Kick Das ist aber schon geiler Grafik, ist gut gemacht Wie die Haare rausfliegen Alter Voll cool Ja das ist echt gut Ich hab ja auch auch was das Spiel Ey, mein Gott Warte, Anni, geh mal rum Wie kassierst du, Alter Wie kassierst du, Alter Ja, den geb ich Mann, du Kassieren oder blamieren, Alter Bikawaii, mach dir nochmal den Den Knie, Alter Ja Das ist nice Ja, also ruhig Boah Boah Oh, der hat ein Spinning BAM Boah 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 Ja, guter Hack Guck mal, jetzt haut er die ganze Zeit hier ab Oh War mal gut vom Andi Boah Ey, jetzt haut er mal ein Ich muss links, Alter Der ist gleich Ey, der hat mich ungehauen Hahahaha Alter, ich war die ganze Zeit am angreifen Ja, stimmt ey Zack Er bricht den mal ab, Andi Nicht schlecht Aber gut Ich hab den nicht mehr Ich muss jetzt auch mal den nächsten machen Boah Der hat nicht